Also, wir wollen ja heute über folgendes Thema sprechen, lerne visualisieren und buche den Job. Und ich musste da auch an dich denken, weil einer unserer Lieblingsschauspiellehrer, Sanford Meissner, wo du ja auch in New York an der Academy oder an seiner Schule eine Ausbildung gemacht hast, hat ja einen richtig tollen Satz gesagt. Und ich finde, der ist wirklich, der ist so bezeichnend und der beschreibt genau, wie man richtig geil schauspielert. Und zwar, Acting is living truthfully under imaginary circumstances. Richtig? Richtig. Heißt ja übersetzt, wahrhaftig leben und empfinden unter imaginierten, also visualisierten, vorgestellten Umständen. Und das ist die große Kunst. Und wenn man das gut kann, dann bucht man auch wirklich viele Jobs. Ich glaube schon. Ja. Und je mehr man das Ganze verkompliziert, desto schwieriger wird's. Und ich kann ein Beispiel geben. Ich habe ja erst mit Ende 30 angefangen im Bereich Schauspiel zu arbeiten und ich bin zu meinem allerersten Casten gegangen. Dann haben sie in Berlin gecastet für Caja Madrid, eine spanische Bank. Und dann hat der, und ich hatte wirklich null Ahnung, null. Bin da hingegangen, so ohne jegliche Erwartung. Und habe gedacht, ich lasse mich da jetzt mal total drauf ein. Und mir hat jemand vorher gesagt, versuch dich einfach richtig krass in die Situation rein zu versetzen und nimm das alles auf mit all deinen Sinnen, was sie denn von dir wollen. Und dann meinte der Casting Director zu mir, so, wir machen jetzt mal was. Und er war zum Glück auch sehr spielerisch. Und er hat gesagt, so, stell dir vor, du stehst auf dem Dach in Madrid und du guckst über die Stadt und du bist ein Business Manager und du hast dein Geld so angelegt. Ein Großteil der Häuser, die da stehen, gehören dir. Und das habe ich gemacht. Und dann hat er, das Casting war schnell vorbei und dann sagte er danach so, also das war richtig krass. Vom Typ passt du auch super und das hast du richtig geil alles vorgestellt. Wahnsinn. Was hast du für eine Schauspielausbildung? Ja, ja, genau. Gar keine. Nee, was krass. Ich glaube, und im Nachhinein ist mir das so irgendwann bewusst geworden, es war gut, dass ich halt meinen Kopf nicht irgendwie belastet hatte mit allen möglichen Dingen. Und das ist eigentlich das, was ich heute so als Tipp hier gerne weitergeben wollen würde und ist das auch, womit ich mit den Leuten zusammenarbeite, wenn ich mit denen halt dann sie vorbereite auf Castings, ist wirklich Folgendes zu tun. Und das ist meine Übung, die ich jedem ans Herz lege, weil dann sind wir wirklich wieder in unserem kindlichen Selbst, in dem, was wir auch als Kinder immer gemacht haben, wir stellen uns vor, wir sind Superman, wir stellen uns vor, wir fahren mit dem Bagger durch die Sandwüste. Ja, dabei sind wir nur auf dem Spielplatz im Sandkasten. Also, der erste Schritt ist, erstmal anzukommen und halt wirklich sich zu entspannen mit, entweder man übt das halt zu Hause mit Meditation, das ist einfach nur auf dem Boden sitzen und vielleicht auf eine Kerze schauen und tief ein- und ausatmen, ja, Meditationstechniken. Da kann man ein anderes Video mal dazu machen, was es für Meditationstechniken gibt, aber das ist erstmal die Basis, kommt erstmal an, seid ruhig für euch selbst. Und dann nehmt euch mal ein Buch oder vielleicht auch ein Hörbuch und lest mal eine Seite und während ihr das lest, versucht ihr, das euch wirklich genau vorzustellen. Also, mit allen Sinnen. Was sehe ich? Was höre ich? Was rieche ich? Das sind unheimlich stark, also Gerüche. Wenn ich an meinen ersten Kuss denke, also ich rieche ein Parfum, Lulu, und dann weiß ich, das ist mein erster Kuss gewesen und ich muss sofort daran denken und ich weiß sofort, wie dieser Raum aussah. Ich weiß, was meine damalige Flamme angezogen hatte, ja, und ich bin sofort in der Situation drin, ich rieche es sogar jetzt, ne? Und das wirklich mit all seinen Sinnen durchzuziehen und da sich mal für alle Emotionen, also für jeden Sinn mal so eine Minute Zeit zu nehmen. Sehen, hören, riechen, spüren, ja, und dann auch mal für sich rauszufinden, was funktioniert denn am besten. Also ich kann wirklich, für mich sind Gerüche und sehen Sachen, die supergeil funktionieren. Was für mich schwierig ist, ist dann so, spüre, wie die Sonne meinetwegen auf deinen Arm irgendwie, den Arm wärmt oder so. Das ist für mich schwieriger. Ja, kann aber auch funktionieren. Wie bitte? Kann aber auch funktionieren. Absolut. Das muss jeder für sich selbst rausfinden. Also das wäre das Zweite, erstmal ankommen, dann diese Sachen visualisieren. Und das Dritte ist tatsächlich, das dann mal anzuwenden auf ein Casting. Das heißt dann, wenn ich zum Casting hinkomme, dass ich nicht, wenn ich in dem Raum bin und warte, mich stundenlang mit Leuten unterhalte, über irgendwie, welche Bar gerade geil ist und welcher Club, sondern ich fange da schon an, das ist meine Arbeit. Ich fange zu Hause schon an, mich darauf vorzubereiten, ich gehe zum Casting hin oder ich nehme halt das Casting bei mir zu Hause auf und bin aber auch da. Dann, ich begebe mich in die Situation. Ich mache nicht noch ein Telefonat, lege auf und drücke dann auf die Aufnahme bei der Kamera, sondern ich begebe mich in die Situation und versuche es wirklich mit allen Sinnen zu erleben. Und das, habe ich gemerkt, bringt immer ein gutes Feedback und auch öfters mal dann tatsächlich einen Job. Auf jeden Fall. Also weil gerade jetzt, wo, also ich gucke sehr viel Fernsehen, Fußball zum Beispiel, und es geht ja hier auch darum, zum Beispiel Werbejobs zu buchen. Und wenn ich, ganz ehrlich gesagt, jetzt Werbung sehe, was läuft da? Es laufen zum Beispiel Autowerbung. Da geht es darum, ich habe 2016 einen Spot für Porsche gemacht, da ging es dem amerikanischen Regisseur genauso, wie du sagst, darum, pass auf, da sind jetzt vier Stühle, aber ihr sitzt in einem Porsche und ihr stellt euch vor, wie ihr mit 220 über die Autobahn fahrt und wie das ist, in diesem Porsche zu fahren. Und das hat ja auch sehr viel damit zu tun. Das andere, was ich sehr viel sehe, ganz ehrlich, ist Grillwerbung oder Lebensmittelwerbung. Und das, was du eben gesagt hast, es geht doch um ein Schluck Bier zu trinken und das zu empfinden, wie toll das schmeckt. Oder eine Grillwurst oder wie auch immer, keine Ahnung. Und da können diese Sachen natürlich sehr, sehr gut helfen. Und auch das, was du gesagt hast, überhaupt erst mal zu fokussieren, zum Casting zu gehen, wenn es dann ein Live-Casting ist und nämlich genau nicht sich ablenken zu lassen, sondern wirklich fokussiert zu sein, sich mit dem eigenen Körper, mit den Sinnen zu beschäftigen, das ist schon mal ein starker Fokus, eine Fokusverlagerung, die auf jeden Fall für eine höhere Konzentration und Aufmerksamkeit sorgt. Und es macht auch viel, viel, viel mehr Spaß. Genau. Ja, weil viele sagen ja, ich bin immer so gestresst, ich muss ein Casting aufnehmen. Ja, weil du dich stressen lässt durch die ganzen Umstände. Genau. Du musst erst mal lernen, wirklich runterzukommen. Und dann halt zu visualisieren und dich da rein zu begeben. Und dann macht es halt auch richtig Spaß. Auf jeden Fall. Das war's schon. Alles klar, Alec. Beim nächsten Mal redest du mehr. Ich rede ein bisschen mehr das nächste Mal, aber es war sehr interessant. Vielen Dank. Danke dir. Bis dann. Ciao. Okay, bis dann. Ciao.